Sie kennt man aus dem Irland-Krimi, aus dem Kinofilm Chic und aus Oktoberfest 1900. Mercedes Müller, heute Abend startet bei uns im Ersten die neue sechsteilige Serie mit ihr in der Hauptrolle Bonn. Alte Freunde, neue Feinde, ein packender Einblick in die Welt der Nachkriegsspionage in Deutschland. Die Schauspielerin hat uns verraten, dass sie froh ist, heute und nicht in den 50ern zu leben. Jedenfalls dürfte sie sich zu verteidigen. Um genau zu sein, heute Abend nach der 20 Uhr Tagesschau geht es los mit den ersten beiden Teilen und im Anschluss dann die Doku dazu. Wir haben zwar Winter, aber wissen Sie was? Ich möchte Ihnen jetzt schon ein bisschen Vorfreude auf den Frühling machen, denn dann geht diese Band hier aus Dänemark auf Tour. Wir haben jetzt alle so ein bisschen Hunger bekommen. Sagen Tschüss, wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Punkt 17.15 Uhr. Also ich würde mich sehr freuen. Schönen Abend, ciao.